Hallo, mein bester Freund wurde im Jahr 2000 geboren. Er ist dieses Jahr 21 Jahre alt. Seine Wollname ist Aaron und sein Familienname ist Lim. Er lebt an einem Ort namens Greenland. Er lebt auf der Insel Penang, in Budenstaat, Malaysia. Da ist es studier ich Datenbankmanagement an der Indie. Er ist immer noch ledig und hat immer noch keine Freunde. Sein Hobby ist das einfache abstrakte Bild mit Photoshop. Ich kann Mandarin, Englisch und Mleisch sprechen. Ich kannte ihn seit zehn Jahren seit der Kontrolle. Wir verstehen uns gut, weil wir gemeinsam haben. Wir sprechen uns jedes Jahr zu treffen. Ich habe Wille mit ihm zu teilen. Hallo, ich bin Tan Weyming. Mein Wollname ist Weyming und mein Familienname ist Tan. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin ein Mann. Ich bin Ludwig. Ich habe zwei Brüder. Ich komme aus Malaysia. Jetzt wohne ich in Penang. Mein Haus ist in der Falle. Die Postleihsau ist 115-99. Meine Telefonnummer ist 010-384-9826. Ich kann viele Sprachen sprechen. Ich kann Englisch, Mandarin, Mleisch und Hokkien sprechen. Ich bin ein Student. Ich studiere an der UTM in Malacke. Ich habe Wille Hobby. Aber ich mag Badminton spielen. Am Samstag spiele ich Badminton mit meinem Freund.